Im Rahmen Ihrer Stadtrundfahrt haben Sie üblicherweise nach dem Stopp in Itzschmeller natürlich auch den Stopp an diesem herrlichen Punkt. Mit den Blicken auf die Bucht von Marmaris, mit den Blicken natürlich auf die Berge und natürlich auch ganz klar auf die Stadt als solches. Ihr deutschsprachiger Reiseleiter führt Sie dabei zu den schönsten Ecken. Danach darf eines nicht fehlen. So ein Tee gehört ja in der Türkei definitiv dazu. Und wenn Sie hier in Marmaris die Altstadt erobert haben, ein bisschen auf dem Bazar waren und sich dann mal irgendwo nett hinsitzen wollen, dann ist das hier ein ganz heißer Tipp. Bedesten. Das heißt übersetzt, kommt aus der osmanischen Zeit, geben und nehmen. Und das ist auch gut zu erklären, weil das war früher mal ein Einkaufszentrum hier. Heute ein sehr gemütliches Café, also lohnt sich auf jeden Fall hier mal ein bisschen zu verweilen. Mein ganz persönlicher Tipp für Sie. Genauso typisch wie der türkische Tee ist auch eine professionelle Rasur bei einem Barbier. Testen Sie es aus, bevor Ihr Halbtagesausflug anschließend entlang der Marina und an imposanten Yachten vorbei zurück in Richtung Hotel führt. Unser Tipp, eine Stadtrundfahrt durch Marmaris. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017